Hi Freunde! Willkommen zum allerersten Video. Ich bin auf einer Insel gestrandet. Jetzt bin ich als Anfänger zum ersten Mal komplett auf mich selbst gestellt. Mal sehen, ob ich Minecraft so lernen kann. Bevor wir loslegen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt und auf den Sub-Button haust. Außerdem streame ich fast täglich bei Twitch. Den Link zu meinem Channel findet ihr in der Videobeschreibung. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem ersten Video. Bis zum nächsten Mal. Oh. Direkt ein Creeper in ****. So, also hier ist mein neues Baoplätzchen. Oh, am Arsch der Welt. 15.000 Meter weg. Los geht's. Erstmal alles abbauen hier, Leute. Und Steine suchen. Nice. Die ersten Steine haben wir schon mal. Der ist sogar schon Eisen. Guckt euch das an. War aber schwierig abzubauen. Holy shit. Ja, da komme ich gleich zurück. So, wo kriege ich das Essen her? Ich mache jetzt einen neuen Crafting Table. Kurz. So, jetzt stelle ich den hier hin. Zack. Und ich baue eine Stein-Pickaxe und ich baue eine Stein-Axt. So. Mit der Stein-Pickaxe. Das Eisen. Bin ich zum ersten Mal komplett auf mich allein gestellt. Warte, warte, warte. Was wollte ich machen? Ich wollte das Eisen einschmelzen. Dazu muss ich einen Ofen machen. Stimmt's? Ich glaube ja. So, Ofen gemacht. Ofen hingestellt. Jetzt Holz rein. Eisen einschmelzen. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich wirklich Iron-Ingots mache. Jetzt kann ich schon Iron-Pickaxe machen. Jawoll. Iron-Eggs. Okay. Jetzt baue ich mir mal so langsam hier ein Haus schon hin. Erstmal aus Dirt. Guck mal hier. Okay, Leute. Die Basis ist geschaffen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir eine Essensquelle kriegen. So. So ein Haus. Wo kriege ich Getreide her? Vom Gras. Vom Gras. Vom Gras, Leute. Vom Gras. Hier. Mein erster Tag in Minecraft. Mein erster eigener Tag in Minecraft. So, jetzt pflanze ich das hier rein. Drei Stück schon mal. Mache ich den Eingang, mache ich schon am besten. Hier ist die Treppe, ne? Eine Tür brauche ich. Oh, tatsächlich. Es geht sogar. Nice. Okay, Leute. Das ist schon mal provisorisch so. Das wächst jetzt hier, ne? Ich farm noch mehr Gras. Erstmal. Zack. Hier ist noch. Hier ist noch. Und da ist sogar Bambus. Jetzt gucke ich mal. Ich mache jetzt erst eine Truhe. So. Weiter pflanzen. So. Ich brauche irgendwie noch eine andere Essensquelle. Wie mache ich eine Angel? Ich brauche Essen, Leute. Ich brauche Essen. Das ist jetzt Priorität Nummer eins. Essen, Essen, Essen. Ich brauche eine Fishing Rod. Ich brauche Strings. Okay. Woher kriege ich Strings? Binnen, glaube ich. Ich gehe mehr Eisen fahren. Oh, komm. Eisen, bitte. Eisen. Gib mir Eisen. Ich gehe gleich nochmal hoch und mache mir mal erst Fackeln. So. Coal. Ich brauche Coal, Leute. Ich brauche Coal. Wo ist Coal? Ah, da ist, da ist, Leute. Da ist. Coal. Leute, jawohl. Wir haben Coal, Coal. Geil. Let's go. 16 Stück. Und das nächste, was ich brauche, ist immer noch Essen. Und das ist immer noch gewachsen hier. Also Leute, meine Hungerbahn sind zur Hälfte unten. Ich grab mich jetzt einfach mal hier runter. In der Hoffnung, mit was tötest du sie? Gute Idee. Scream. Mit meinen bloßen Händen. Nee, Spaß. Ich brauche ein Schwert. Erstmal schnell Pipi machen gehen. So, Leute. Ich bin zurück. Weiter geht's. Okay, vier Hungerbalken haben wir noch, Leute. Wir haben noch vier Hungerbalken. Wir müssen dringend Essen finden. Okay, ich gehe jetzt wieder runter. Suche Eisen. Mach mir ein Eisenschwert. Und dann suche ich Spinnen. Dann suche ich mir Strings und mache mir eine Angel, Leute. Sehr gut. Und die Gains sind schon relativ weit unten grad, ne? Ähm, wir sind fast auf Diamond Level. Ähm, also ich finde kein Eisen mehr. Mist. Also ich nehme auch Diamanten, ne? So ist es natt, ne? Jo, jetzt sind wir gleich auf Diamanten Level. Tatsächlich. Was? Was? Nein. Leute, kommt. Was ist das? Als ob. Lol, was? Ich habe es noch gesagt, ne? Krass, 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 Leute. Guckt euch das an. Lol, Diaz. Heftig. Oh, nonononono. Also, 5,5 Stütze werden. Was? Wuh, Leute, Sex. Un, uner, uniron. Lol, Alter. Was? Nichts dir, oh mein Gott. Nein. Ähm, Leute, was ist passiert? Ihr verarscht mich. Nein, oder? Oh, mein Gott. Tja, ich hab's nicht gewusst. Siehst du, das hab ich gar nicht gewusst, Leute. Das hab ich nicht gewusst. Okay, das ist bitter, Leute. Das ist richtig bitter. Ah, das tut weh. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Leute. Und, äh, oh, mein Gott. Wie kann man so lucky sein? Stoß direkt auf Diaz. Direkt auf Diaz gestoßen und dann kaputt gemacht. Mit Unwissenheit. Leute. Ah, das tut weh. Das tut grad richtig weh, Leute. Ich hab mich so gefreut. Ich hab so gedacht, oh, ja, ich nehm auch Diaz, gell? Wenn ihr mir kein Iron geben wollt, ich nehm auch Diaz. So, kein Problem. Da hat sogar Niesti, äh, in den Chat geschrieben. Aus dem Lerk-Modul raus. Tja, Leute. Learn it the hard way, I would say. Was ist denn das für ein Vieh? Leute. Was zur Hölle. Tja, Leute, jetzt muss ich die Nacht abwarten. Das einzigste, was ich machen kann, ich könnte mich hier irgendwo runterbuddeln. Oh, guckt mal an. Guckt mal da, Leute. Jo, ab, ab geht's zum Abbau. Kohle. Es ist schon nice, so. Ehrlich. Weiter Eisen brennen, Leute. Weiter Eisen brennen. Alles rein in den Ofen da. Ich mach am besten noch einen Ofen. Oder noch zwei. Ich hab ja genug Steine. Sei mal nicht so bescheiden hier. Da können wir fast eine Pizzeria aufmachen, Leute. Alles klar. Eisen. Wird gebrannt. Und weiter geht's, Leute. Oh shit. Oh, 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 oh. Nicht gut, Leute. Gar nicht gut. Komm. Ich lock dich weg. Bevor du mir hin in meine Hütte abreißt. Eieieiei. Alles klar. Gut. Okay. Eisen gebrannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr schön. Und da war noch was drin. Neun Stück sogar. Check. 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 Aber. Ihr habt immer noch kein Essen, Leute. Tatsächlich immer noch kein Essen. Und noch einer. Oh shit. Komm, spreng dich. Was zur Hölle ist das denn? Oh Leute, ey. Ich muss hier raus. Ui, 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 ui. Oh. Oh shit, man. Was? Was ist das denn, Leute? Der hat mein komplettes Haus zerlegt. Oh mein Gott. Heftig. Heftig. Da hinten ist eine Spinne. Aber das kannst du vergessen. Da ist zu viel Mist. Oh Leute. Sieht halt gut aus. Okay. Jetzt habe ich keine Hungerprobleme mehr. Wir brauchen immer noch Essen. Ja, ich höre Spinnen. Hier höre ich jetzt Spinnen. Ich habe es genau gehört. Nicht hier, nicht hier. Bitte nicht explodieren, mein Freund. Okay, nice. Okay, String. Da haben wir es. Da haben wir den String. Endlich. Jetzt aber, Leute. Jetzt. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Endlich. Ich hole mal so 10 Fischis raus. Jetzt aber. Zack. Eins. Zwei. Yes. Jetzt haben wir einen Flow. Was habe ich gerade rausgezogen? Was ist das? Enchanted Book. Piercing 4. Ist das selten? Leather Boots. Geile Sache. Immer her, der Mensch. War runter, Leute. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Was? Du Scheiß. Ich hasse diese Viecher, Leute. Wir haben offiziell einen Pool im Garten. Leute. Wo kommen die Creepers? Wie ist der hier reingekommen? Also. Das müssen wir direkt beheben. Bau das jetzt einfach noch höher. Und zur Not überdach ich sogar. Und da noch fallen. Und da noch fallen. Und da noch fallen. Und da noch fallen. Yay, Leute. Haben wir noch was Schönes gebaut, oder? Also, es sieht schon viel heimischer aus, würde ich sagen. Okay, Leute. Gut. Meine Fischis sind wieder fast alle. Ich könnte hier ein bisschen mehr ausleuchten. Das ist mir als allererstes jetzt mal aufgefallen. Das ist nicht so toll, wie ich hier ausgeleuchtet habe. Jetzt ist das schön, oder? Oha, guck mal hier. Was ist denn das? Oh, und der Wassertempel. Okay, Leute. Also, ich mache hier jetzt einfach mal auf und gucke, was da unten drin ist. Oh, shit. Okay. Ähm. Yup. Oh, shit. Ich habe so Schiss. Wenn der Creeper jetzt platzt da unten. Oh, hi, Mark. Nein. Bitte nicht. Oh mein Gott, Leute. Oh, nee. Sag mal, wo kommen die denn her? Ah, die spawnen da unten drin, ne? Weil ich nicht ausgeleuchtet habe. Ich, ich piep. Hier ist alles kaputt, Mann. Die halbe Insel ist zerbombt. Oh mein Gott. Leute, wo kommen denn die Creepers her? Was ist denn hier los? Ähm. Oh, nee. Oh, Leute. Direkt ins Gesicht. Warte, was ist denn jetzt der Plan? Ich mache mir jetzt noch ein paar Stiefel. Das mache ich jetzt noch. Dann bauen wir das Feld größer. Für mehr Essen. Dann gucken wir irgendwie, dass wir Kühe oder irgend sowas finden. Keine Ahnung. Wir müssen die Insel echt safe machen, Leute. Dass da nix mehr spawnen. Das ist jetzt Priorität. Die komplette Insel mal ausleuchten, bevor mir irgendwer Kacke wieder vor der Haustür spawnt. So, jetzt kann ich schon mal hier hinten nichts mehr spawnen. Nächstes Mal mache ich das schon früher, dieses Ausleuchten. Das hätte mir einigen Ärger erspart. So, wir haben alles ausgeleuchtet, Leute. Wir haben tatsächlich alles ausgeleuchtet. Glaube ich mal. Bei der nächsten Nacht werden wir es sehen. Okay, Leute. Ich habe eine Idee. Eins, zwei, drei, vier. Wisst ihr, was es gibt? Cool. Cool. Wird langsam, ne? Nicht schlecht, Leute. Oh, Leute, ey. Guckt euch das an. Ist es nicht schön? Das Wasser direkt hier reingeleitet für die Bewässerung. Ich hätte es natürlich auch besser machen können, weil ich hätte keine drei Felder hier nehmen. Aber gut, das ist für die Zukunft. Weil hier, die drei Felder sind hier bewässert, ne? Drei Felder. Hier aber nur zwei. Ich hätte können hier noch ein Feld machen. Und dann hier erst das Wasser. Dann hier wieder drei. Ja, mach ich morgen. Mach ich morgen. Ähm, aber so weit, so gut. Leute. So weit, so gut, ne? Ordentlich. Gefällt mir. Gefällt mir. So, Freunde. Das war die erste Episode meines Lernprojekts Lost. Heute haben wir eine kleine Getreidefarm gebaut, ein kleines Haus aus Sturt gebaut und erste Erfahrungen zum Mining gesammelt. Außerdem haben wir die erst zerstört, anstatt gemeint. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das Video kommentiert und teilt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung mit mir teilt. Vielen Dank, Leute. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später.